Periformis-Syndrom, mit anderen Worten das Gesäßzutweh, es zieht rein, du weißt nicht richtig wie du dran kommen kannst. Zwei Übungen, eine Fasso-Massage und das Ganze ist schon im Weg der Auflösung. Wie kommt es denn dazu? Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt diese Lücke, diese Periformis-Lücke, wo der Ischiasnerv durchgeht und wenn diese Lücke zugeht und den Nerv abdrückt, dann kommt es zu Schmerzen, aber da sind sich die herkömmlichen Therapien nicht so ganz einig. Was ist da jetzt genau die Ursache? Wir gehen davon aus, dass viele Sitzen ist die Hauptursache, weil vorne wird verkürzt, die Faszien werden vorne immer enger, immer kürzer, immer verfilster und hinten das Gesäß muss gegenspannen und in dem Gesäßbereich sind ja auch diese Periformis-Muskeln und wenn die angespannt sind, dann brennt das, der Nerv spielt eine Rolle, muskuläres Überlastungsbrennen spielt eine Rolle. Dieses ganze Geschehen ist die Ursache und da gehen wir dran, indem wir halt die entsprechenden Gegenmaßnahmen ergreifen. Die erste Übung ist am Boden, geh bitte auf den Boden und zwar auf alle Viere und nimm die Hände nach vorne, die Arme nach vorne und zwar so, dass die im Winkel ein bisschen nach vorne gerichtet sind, sodass du Platz hast, jetzt hier durchzuhängen und zwar mit der Hüfte durchhängen, also mit der Leiste durchhängen, nicht mit dem Bauch, nicht hier in die Überstreckung kommen, deswegen den Bauchmuskeln ein bisschen anziehen, Gesäßmuskeln anspannen, dass die Leiste nach unten geht und jetzt arbeiten wir diesen faszialen Verkürzungen vorne an der Frontseite entgegen, die ja die Grundursache sind dafür, dass das Gesäß dann gegenverspannen muss. Schön zwei bis zweieinhalb Minuten rein sinken lassen. Wenn diese Zeit vorbei ist, diese zwei Minuten, sagen wir mal zwei Minuten jetzt, dann legst du das eine Knie raus, kommst mit dem Fuß an die Innenseite des anderen Knies und jetzt hängt der Rumpf, die Hüfte, das Becken hängt jetzt mehr nach links und links zieht es jetzt anders. Da wird jetzt ein anderer Teil des Hüftbeugers verkürzen, in die Dehnung reingebracht, das heißt, wieder eine Minute, schön reinatmen, wieder ausatmen, immer tiefer sinken lassen. Nach der dritten Minute, bei der wir inzwischen angekommen sind, umgekehrt, das Bein wieder gerade, den anderen Fuß rannehmen, jawohl, jetzt kannst du es auch besser sehen, jetzt hängt hier, hängt es tiefer und die letzten Winkeleinstellungen davon abhängig machen, wo am meisten Dehnung zu merken ist und das wieder eine Minute, sodass diese Übung insgesamt jetzt vier Minuten gedauert hat. Hinterher vorsichtig rauskommen, geh mal in den Fersensitz bitte, setz dich mal auf die Fersen und dann mal die Gegenbewegung machen, ablegen ein bisschen auf den Oberschenkeln, um das ein bisschen aufzuziehen jetzt wieder, nur ganz kurz, um das wieder einigermaßen alles zu beruhigen. Zweite Übung, du gehst wieder auf alle Viere und jetzt bitte genau aufpassen, jetzt geht's darum, wenn das Piriformis-Syndrom auf der rechten Seite ist, beispielsweise, ja, also rechtes Gesäß, rechter unterer Rücken, dann hebst du dein linkes Bein, streckst es nach hinten und gehst jetzt so mit der Hüfte hier rüber, mit dem Bein, jawohl, das langt und so genau bleiben, so genau bleiben und das Gesäß noch ein bisschen nach hinten, dass der Oberschenkel genau senkrecht steht, noch ein bisschen, stopp, so ist gut. Und jetzt drückt praktisch der rechte Oberschenkel, wie du sehen kannst, drückt nach oben und drückt praktisch genau in die Dehnung, dass die Struktur, die da zu eng ist, schön aufgedehnt wird. Und jetzt einfach zwei bis zweieinhalb Minuten so bleiben und auch versuchen mental hier die Entspannung drauf zu geben, ja, also richtig schön denken, okay, loslassen und dann merkst du richtiggehend, wie der Oberschenkel mehr in dein Becken hineinwandert, ja, so vom subjektiven Empfinden her. Das auch nochmal zwei bis zweieinhalb Minuten, dann wieder langsam rauskommen, das waren die beiden Übungen, jetzt kommt eine Faszien-Rollmassage mit der Medikugel, größer als ein Tennisball, aber kleiner als ein Fußball, wenn du unser Set noch nicht hast, dann bitte am besten besorgen bei uns im Shop oder eben eine Kugel nehmen, einen Ball nehmen, der eine ähnliche Größe hat, bitte setz dich mal da drauf, es darf aber jetzt kein Ball sein, der nachgibt, gell, da muss schon eine Festigkeit in sich haben, wobei die Oberfläche weich ist, all diese besonderen Eigenschaften, die wir bei unserem Set eingebaut haben, das sind die besten dafür. Und dann schön im Gesäß kleine Spiralen ziehen und genau jetzt in den Bereich hineingehen, der immer diese Schmerzen erzeugt. Ja, langsam bewegen, suchend bewegen, drückend bewegen, so bewegen, dass die Flüssigkeit, alles was da drin ist, dass das schön gequetscht wird, ja, schön gequetscht wird, sich verteilen kann und dann letztendlich durch die Entgiftungsorgane ausgeschieden oder durch die Ausscheidungsorgane ausgeschieden werden kann, da rumsuchen, bis du immer tiefer in diesem entsprechenden Bereich drinnen bist. Jawohl. Und das kannst du zwei bis zweieinhalb Minuten machen, aber auch gerne länger. Viele Patienten kombinieren das mit dem Fernsehabend und dann ist die Zeit sowieso nicht nochmal doppelt aufzubringen und von daher alles gut. So weit zum Periformes-Syndrom und dem Auflösen dieses Syndroms. Wir freuen uns über einen Daumen nach oben. Bitte abonniere den Kanal und erzähle rum und gebe die Videos weiter und sorge mit dafür, dass sich verbreitet, was man für sich selbst tun kann, um aus diesen Schmerzen herauszukommen. Vielen Dank dafür und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. .